Hey, was geht's und liebe Leute, ich bin's wieder, euer Crush für die VKT9 zurück bei Let's Play Sonic Frontiers für Steam. In den letzten Part haben wir mal das Thema bezüglich der Verhaftung Yuji Nakas thematisiert. Ja, ich bin nach wie vor nicht wirklich sonderlich überrascht, weil wir leider Gottes, seitdem, wir wissen ja, er ist ja leider Gottes, er hat leider Gottes ein viel zu großes Ego. Oh, man kann selbst den Silo-Port schneller machen? Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das wusste ich jetzt gar nicht. Und tschüss. So, wo ist die Belohnung? Oder habe ich ihn nicht... Hä? Wo ist die Belohnung? Da habe ich ihn jetzt nicht besiegt. Warte! Wo ist er hin? Wo ist die Belohnung? Och nein, das schwebt in der Luft, oder... Nein, das gehört da dazu. Hä? Ach, was soll's. Na, was ich sagen wollte. Er hat halt immer ein zu großes Ego, seitdem ich wusste, was er ansonsten immer gemacht hat, weil er war ja nicht gerade sehr kollegial. Und er ist sauer darüber, dass Sonic, äh, immer noch besteht. Und... Er ist ansonsten immer recht respektlos gegenüber... So, wie komme ich jetzt am besten zu den Rätseln dann noch? Okay, da muss ich hier rundherum. Gut, dann renne ich halt jetzt mischen hier rundherum. Oder ich... Ah ja, stimmt, das geht erst in der Nacht. Ich muss also erst was zurückkommen, wenn es Nacht wird. Ist ja blöd, dass man die Schnellreise erst aktivieren kann, wenn man... Oh. Okay, aber von dem holt ich mir aber jetzt die Belohnung. Hört eh gerade wieder nach, hm? So. Okay, vielleicht hab ich schon die Erfahrungspunkte hier bekommen, ich hab's nicht gemerkt. Ey, das ist ja noch ein Rätsel. Ey. Das muss aber jetzt nicht so extremes Pop-In bestreiten. Okay, also. Was wollt ihr denn? Also Insidio kann man auch schneller machen. Das ist cool. Das ist gut zu wissen. Au, verdammt. So, jetzt reicht's. Hier. Und dann mal eine davon. Och, nö. Als ob. Ah, nervt doch nicht, du. Spacko. Und Tschüss. Hast du noch einen Gegner? Wo jetzt? Achso, nein. Okay, was ist jetzt hier angesagt? Achso, einfach hier... Parieren. Es gibt also wieder eine Parier-Challenge. Na schön. Dann machen wir das mal. Äh, ich glaub hier muss ich... Ja. Gut. Nur eine? Nur eine? Dann hab ich vorher nur eine schwierige Variante davon bestritten zuletzt. Naja. Was soll's. Knuckles. Ja. So. Oh. Knuckles. ich muss mich... Dementsprechend muss ich mich hier beeilen. Also deswegen sollte ich gucken, bevor der Tag zu Ende geht, dass ich hier noch das Rätsel bestreite. Weil so kann ich... Oh ja. Gibt's hier noch... Oh, ja, die tauchen immer nach und nach auf. So, hier ist das nächste. Na komm. Dann eben langsamer. Damit ich nicht die Kontrolle verliere. So, wie viele noch? Na also. So. Haben noch einiges vor uns immer noch. Da merkt man... Die Insel ist deutlich größer. Und da gibt's auch deutlich mehr zu machen. Ich schätze mal, den muss ich besiegen, damit ich mit Knuckles interagieren kann, ne? Ich glaub, darauf baut das aus. Das ist die Abkürzung, die wir erschaffen haben. So, und jetzt möchte ich unbedingt... zu den Rätseln hier. Auf die andere Seite. Oder gehen wir erst mal hier an. Meine Frise. Gehen wir zu denen hier zuerst. So, geh ich überhaupt richtig rum? Nö. Hier muss ich lang. Ich glaube, da muss ich wieder auf die andere Seite. Ah, das geht am besten mit den Rail-Schienen. So, geh ich in die Richtung... Ja. Tue ich. Ah, ich wünschte, ich hätte meinen Super... Oh, nö. Was? So, ich muss ja diesen Tunnel nehmen, oder was? Oder halt, halt, halt. Vielleicht... Vielleicht passt es schon, wenn ich hier rübergehe, oder? Gibt's dann auch noch eine... Nee, es gibt keinen direkten Pfad dort. Ach doch! Muss einfach nur die Rail-Schiene weiter folgen. So. Hier kommt man wieder runter. Gibt's auch wirklich ein großes Tunnelsystem nebenbei noch. So, komm. Äh, komm. Bleib da oben. Oh, es gefällt mir. Spiel spielte wirklich viel Abwechslung, was? Ach so, schon wieder so ein Sniper-Bulschi. Ja, ich bin zu schnell für die dieses Mal. Hm. Aurok. Oh. 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 Äh. Da. Nee. Da wollte ich nicht hin. Hey, lass mich raus. Lass mich weiter. Komm jetzt! Ich bestimme, wo ich jetzt hin will, okay? Und ich will hier lang. So, bin ich... Oh ja, ich bin sehr... Sehr richtig sogar. Oder... Hä? Was? Moment mal. Da kam ich jetzt gerade her, oder? Ja, von da kam ich jetzt gerade her. Oh Mann, ey. Aber da gibt's ja noch eine andere... Oder die Schiene irgendwo. Du führst jetzt die hin. Ah. Okay. Ist immer ein... Ist so ein Umweg, aber... Es passt schon. Oh. Das ist einfach mal ein random Gegner hier an der Stelle. Okay. Warum auch nicht? So. Jetzt sind wir deutlich besser dran. Aber immer noch nicht ideal, wie es scheint. Ist immer noch eine riesen Mauer davor. Ich leider nicht hochklettern kann. Hm. Wie komme ich denn am besten da rüber? Ich muss da hoch... Oh! Ja! Woll! Yes! Endlich bin ich weiter oben. Aber es ist immer noch... Man muss immer noch weiter klettern, wie es scheint. Oder hier durch. Was ist denn? Oh! Der Chaos Emerald. Noch nicht. Noch nicht. Hm. Hm. Wie komme ich denn am besten da hin? Puh. Also hier die Rätsel zu finden, ist jetzt schon deutlich... ...schwieriger. Oh Mann, jetzt kommt auch noch ein 2D-Bereich. Okay. Okay, hier müssen wir rüber. Oh. Das könnte interessant sein. Nach wie vor... Weiß ich nicht, wie ich zu den Rätseln hier kommen soll. Ich muss da irgendwie drüber kommen. Dann ist es nicht so, dass man ihn besiegt, bevor man nicht hier dieses... ...Sprung-Herausforderung gemacht hat. So. Hm. Da. Ich glaube, wir kommen langsam näher. Oh, shit. Erwischt. So schaut's aus, oder? Nein, was? So, jetzt aber. Uh, tausende... Alter! Das sind gleich zwei Fähigkeitenpunkte wert? Nice. Ich meine... ...kann wir hier was erreichen? Oh Mann. Da muss ein Hindernis-Parcours. Das würde ich mir eher gewünschen, dass Sonic Lost World abläuft. So, was ist das hier? Hä? Ich soll die Kugeln da in die... ...Öffnungen rankriegen? Kann ich sie irgendwie... Ne. Asylum bringt da nichts. Wie bekomme ich denn... Wie kann ich denn die Kugeln hier bewegen? Aber das muss doch ein großes Rätsel hier sein, ne? Ich bin schon in der Nähe vom Anderen. Sehr nahe dran. Aber dazu müsste ich hier hoch gelangen. Wie stelle ich das am besten? Oh, das ist, äh... ...das Rätsel, dass, äh... ...dass ich erst, äh... ...später freischalten kann. Okay. Oh, hallo Kokos. Jetzt soll ich mal den ältesten Koko finden, um endlich mal wieder... ...mehr Speed zu bekommen. What the hell? Bin ich hier wieder vollkommen anders? Hm, vielleicht aber... ...komm ich schon wieder hier hin. Ernsthaft, was verlangt der denn, dass ich denn da hoch... ...äh, dass ich da hochkommen kann? Das muss alles so umständlich sein. Oh! Oh, wir sind da! Endlich! Oh, so. Das ist schon offensichtlich. Die werden ja auch angezeigt. Wird auch die Reihenfolge direkt angezeigt. Also, das ist wirklich keine Herausforderung. Na schön. Oh, schön. Sehr gut. Und dann gleich zum nächsten in der Nähe hier. Komm. Zur Sicherheit. Damit ich auch richtig rum... ...dann ich auch auf dem Pfad bleibe, wollte ich sagen. So. Okay. Durch den oberen und unteren Ring. Okay, das war der... Hm. Ah, okay. Perfekt! War die Distanz davon abhängig? Sehr schön. Immer mehr. So gehört sich das. Und ich sehe bereits den ältesten Coco auf dem Radar. Und ein weiteres Rätselchen. Äh. Hier lang. Hä? Was habe ich denn da? Die nächste Abkürzung. Alles klar. Nice. So. Hier lang befindet sich ein... ...weiteres Rätsel. Oh, ja. Das ist noch... ...sehr schwer zu erkennen. Aber hier ist es auf jeden Fall. Alter. Die Insel ist schon richtig riesig. Wenn jede Insel immer größer wird... ...Prost Mahlzeit. Okay. Es ist wieder sowas. Manche Rätsel überholen sich erstmals noch zu oft. Aber gut. Das wird von Insel zu Insel dann bestimmt immer noch... ...ööö. Anders. So. Hier. Muss ich anfangen. Hm. Und ich habe es jetzt schon falsch gemacht. Ja. Auch hier. Nö. So nicht. Jetzt muss ich anders angehen. Hm. Auch so nicht. Puh. Hm. Ah. Vielleicht. Nee. Nope. Also so auch nicht. Hm. Wo fange ich da am besten an? Das ist jetzt mal richtig komplex hier. Hey, komm. Hm. Ach. Wieder falsch. Wie soll ich das am besten machen? Hm. Jetzt haben wir wirklich schon eine Situation, wo es wirklich ein bisschen zu komplex für mich wird. Nee. Ich weiß echt nicht. Oder so? Hm. Nein. Immer noch nicht ganz. Wie soll ich das denn anstellen? Hm. Ich meine, so diagonal kann ich mich auch nicht bewegen, ne? Nee, das zählt bestimmt nicht. Nö. Das zählt nicht. Das kann ich, glaube ich, nicht. Die Entwickler haben schon daran gedacht. Also Respekt. Respekt an der Stelle. Hm. Hm. Aber trotzdem. Wie geht das? Ich bin normalerweise wirklich in sowas nicht gut. Was habt ihr jetzt gerade gemerkt? Bei den anderen habe ich halt auch immer noch geraten. Man muss wirklich einen genauen Pfad finden. Aber das sieht wirklich sehr, sehr komplex aus. Oder vielleicht ist es doch hier der Ansatz schon mal, der Anfang hier gar nicht mehr so schlecht. Wo soll ich am besten anfangen? Hm. Hä? Wie mache ich denn das? Nee. Das habe ich mir so gedacht. Oh shit. Wie mache ich das hier? Jetzt habe ich es. Endlich. Huff. Ah. Okay. 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 Huff. Holy shit. Das war. Huff. Das war schon. Dieses Mal. Eine krasse. Also eine gute Herausforderung. Muss ich schon entwickeln lassen. Da haben sie sich was einfallen lassen. Wenn da jetzt noch eine schwierige Variante davon kommt. Na Prost Mahlzeit. Wenn es noch schwieriger geht als das. Okay. Wo lang jetzt? Also ich glaube auf der Hälfte haben wir alles. Ja. Ja. So sieht es aus. So sieht es aus. Gut. Dann würde ich sagen. Machen wir jetzt auf der. Bei der Hälfte noch schnell weiter. Und suchen hier das Rätsel. So. Okay. Erstmal ist du. Gehst down. Oh. Noch ein Schatz? Nee komm. Nicht unterbrechen. Ja. Ich habe mehr als genug also. Da kann ich alle Story-Sequenzen mit Knuckles noch bestreiten. So. Und tschüss. Gebt mir die EP. Okay. So. Wo lang jetzt am besten, damit ich hier hin gelange? Muss irgendwie auf die andere Seite. Einfach hier hin, ne? Ja. So schaut es aus. Und so kommen wir immer näher. Hm. Ah. Aber da müsste ich jetzt hier mal hochgelangen irgendwie. Hm. Ah ja. Einfach klettern. Schade, da werde ich noch hochgelangen. Ja. Und ich bin immer noch nicht oben. So. Da gibt es auch Ruhe. Hm. Komme ich denn da wirklich hoch? Oh. Ha. Dankeschön. So. Und wieder auf Zeit hier. Oh. Ja, ich verstehe schon. Was hier gemacht werden muss. Aber da... Ah. Aber ich... Wollte es halt jetzt nur mal schnell ausprobieren. Okay. Dann mal los. Ja. Jetzt mal irgendwie bereits durchflogen. Okay. So. Kein Problem mehr für mich. Geschafft. Oh, das sind Münzen. Und lauter andere Kokos. Witzig, dass ich bald mal den einzigen Kokos finde. Okay. Okay. Es fehlt nicht mehr viel. Wir haben es dann hoffentlich bald. Komm erst mal her. Kleine Kokos. Einer sieht aus wie so ein Steinpilz aus Super Mario Galaxy. Weil sie einen Stein auf dem Kopf hat. So. Ein neuer Tag bricht an. Immer eine weitere Hitzewelle. Wir wissen ja auch in der Nacht, da wechselt es zwischen Tag und Nacht, dass es am Tag extrem heiß, aber dann danach auch, äh, kann es bis zum Minusgrade erreichen. Das ist so ein ständiges Hin und Her. Also so ein Mittelmaß hat es keines. So. Wo lang jetzt... Oh, da ganz unten ist noch eins. Puh. Ob ich da noch hinkomme bis zum Ende des Parts? Das ist ein... Das ist ein bisschen schon weiter Weg, aber... Komm. Auf euch, äh, konzentriert mich jetzt nicht. Ich renne einfach weiter. Na komm. Geh her. Nein, Zweider, für dich habe ich keine Zeit. Sorry. Jetzt nicht. Bekämpf dich noch später. Oh, Mann. Alter, wir können eine neue Fähigkeit, äh... Haben eine neue Fähigkeit freigeschalten. Der Rundkick. Er hat hier in der Luft. Und, äh, und B in der Luft. Das checke ich mal schnell aus. Okay. Nicht schlecht. Ist... Sieht schon cool aus. So, jetzt aber... Schnell noch zu meinem Rätsel. Da hinten. Da ist Knuckles. Aber eins nach dem anderen. Erstmal ist die Rätsel. Die Karte muss vervollständigt werden. So. Also erstmals da rüber. Keine Zeit für euch. Lass mich in Ruhe. Der Modulschlüssel ein weiterer... So, da ist es. Wieder auf Zeit. Was ist das? Oh, wieder Ringe. Also so. Quader durchlaufen oder durchspringen. Das ist auf Zeit, so. Und... Geschafft. Immer weiter. Oh, Mann. Ah. Das schaffen wir nicht mehr. Oh, yeah. Boah. Wieder 2000, ey. Nice. Ja, schon bald haben wir Sonics Fertigkeiten schon mal komplett. So, aber ich muss erst mal gucken, wo ist das Rätsel hier? Da hinten. Und dann haben wir noch lange nicht Schluss. Da gibt es auch immer noch so viele Teile der Karte. Da gibt es immer noch... Immer noch nicht Schluss. Da gibt es immer noch ein, zwei Rätsel, die wir zu bestreiten haben. Also Herausforderungen. Besser gesagt. Ich muss aber erst mal auf die andere Seite sicher rüberkommen. Und das geht hiermit. Juhu. So. Die Gegner werden auch sehr schnell erledigt. Genauso wie die Ballongegner mit der einen Fähigkeit. Hm. Nö. Hier will ich rüber. Da. Ist ein sicherer Weg, aber schnell. Ah. Dann noch wenigstens auf der Plattform drauf. Oh, wir haben... Yes. Wir haben volle Ringkapazität. Jetzt können wir wieder den Superboost nutzen. So, und was ist jetzt hier? Oh, wir müssen hier nach oben zum Schalter. Bevor die Zeit abläuft. So, ich muss erst mal so einen Weg finden. Oh. So, ich habe nicht besonders viel Zeit hier. Aber passt schon. Wir schaffen es trotzdem. So. Mal sehen, ob wir noch das letzte Rätsel irgendwo... ...aufgedeckt bekommen. Nein, leider nicht. Hm. Muss ich mich auf den Radar... Wie komme ich denn da? Okay. Da muss es einen Weg geben. Hm. So. Hm. Dabei ist auf dem Radar leider nichts zu sehen. Puh. Puh. Ah. Hier haben wir was. Da muss ich rüber. Oh, ja. Die... ...Sprungfeder aus Sonic Adventure. Die sich immer weiter nach oben... ...bewegt, wie öfter man drauf springt. So, mit Full Speed rüber. Und da sind wir auch schon. Oh. Das war doch der, wo wir denn... ...die Sandhaufen... Äh. Ja, genau. Da sind mehrere Sandhaufen gewesen. Das ist das erste Rätsel... ...die wir nicht erfüllen konnten, weil ich... ...blind war wie eine Blindschleiche. Geschafft. Haben wir das jetzt auch. Oh. Ich habe ein Achievement. Das heißt... Wir haben es. Oder? Yes. Wir haben es. Wuhu. Die Karte ist vollständig. Okay. Liebe Leute. Dann im nächsten Part. Okay. Ich muss aber erstmals zum Ältesten... ...Koko ganz schnell, weil ich will endlich mal... ...die Kokos hier abgeben. Oh. Nicht du schon wieder. So. Schluss jetzt. Mit einem EP und gut ist. So. Oh. Die... Da sind auch direkt... ...weitere... ...Kokos... ...bei ihm. Und wir sollen welche zu ihm bringen? Daweil sind eh schon welche. Was ist da los? Er hat mich so faul, mein Freund. So. Tempo erhöhen. Level 10. Noch weiter. Das Tempo erhöhen. Weil je geringer die Ringkapazität, desto... Äh. Ja. Desto eher kann ich den Superboost freischalten. Jawoll. Nice. Mehr, desto besser. Macht noch keinen so großen Unterschied, aber passt schon. Aber wie gesagt, den nächsten Part geht es jetzt weiter. Dann werden wir jetzt endlich mal... ...mit Knuckles interagieren. Und wie immer geht, wenn es gefallen wusste, diese Bestätigung ist eins. Frems ab und Kommentar nicht vergessen. Und dann sind sie da beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und... ...klickt wieder rein. Oh ja. Oh ja. Crush for the effect. Jetzt geht es hinein. Das nächste Part von Let's Play... Oh da... Hä? Ähm. Ein andern Mal vielleicht. Shark. Komme ich von ihm davon? Damit ich speichern kann hier? Danke. Oh. Also danke für Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ein sehr gespannt. Klickt wieder rein. Euer Crush for the effect. Und bis zum nächsten Mal von Let's Play Sonic Frontiers für Steam. Also auf Wiedersehen und tschüsschen, Leutchen. You keep me safe. Now you're tearing me down. Am I late to waste? Now that you're not around. Come and leave your barn. Vantalise my heart.